Na ja, sagen wir mal Häuser plus, also eigentlich bräuchte ich hier noch mehr nach, äh, wie sagt man das am besten nach, was bräuchte eigentlich Häuser, um, für die neuen Eisenloh, Silos, ähm, Worms auf ein, Worms auf einem Eisenloh, hä? Ähm, okay. Äh, was kann man denn da durchmachen? Hoots und Bärs zu der Forst. Gucken, ja, noch zwei da, nein. Und, noch hin? Also Gavara brauche ich eigentlich alles voll. Förster auch, Hibberlist, ähm, Woodcutter. Äh, ja, weil ich bräuchte jetzt eigentlich nicht mehr, ein paar mehr. Okay. Steine haben die wahrscheinlich hier alles geholt. Und, relativ, wer hackt denn die ganze Zeit? Das sind wahrscheinlich die Woodcutter, weil die gerade nichts zu tun haben. Ist, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So. So, dann wäre wahrscheinlich ich die nächste Hürde, Schule zu bauen. Ah, eigentlich. Eigentlich, ne? Eigentlich, ne? Eigentlich müsste ich denn zuerst eine Mine fahren. Hm. Tja, eine Mine. Das ist die Frage. Und wie? Und wo? Also erstmal brauchen wir eine Bühne für das ganze Eisen, ja? So. 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 Hier wird immer bloß rein, da bloß rein. Scheiß, alles ganz gut. Wir können dann auch hier irgendwann mal einen Marktplatz bauen. Hier so. Ich müsste eigentlich mehr hier runter mal jetzt aufbauen, alles, ne? Hier so. Eigentlich stuttert der Wald. Obwohl, komm mal hier so, aber. Das ist alles solche Dinger, ne? Hm. Alles nochmal. Äh. Nichts mehr? Okay. Holz ist voll. Also lagern können wir eigentlich schon mal bloß. Ah. So. Jetzt haben wir übrigens ein paar Arbeiter mehr dazu bekommen. Haben wir endlich mal nur noch kein zweites Schaf. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. So. Die haben ein bisschen was zu tun, ne? Alles leer, 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 leer. Passt. Ähm. Gut. Gut. Alles voll. Das ist alles voll. Wir müssen eigentlich ein paar Steine ran holen. Winter wird es jetzt. Ich müsste jetzt echt jetzt irgendwie hier eine Minion bauen. gehen. Geht kann ich ja nass. So. So. können wir es machen. Und dann könnte man nämlich hier auch eine andere, die andere Minion, die Steinmine reinbauen. Am besten so nah wie möglich platziert, dass man halt. Oh. So. Moment. Das mal halt unsere Steine und so. Alles von, ja. aus der Natur her holen. Und nicht irgendwo abbauen müssen. Also. Schon abbauen. Nur halt nicht. Äh. Wie will man denn das sagen, ne? Ähm. Nicht. 51. Wenn wir es schon. 63. Pfff. Krass. Sag ich jetzt mal dazu. Ja. Echt. Viel. Hm. Da mal vier Holz. Da mal was. Das ist mal voll. Fast voll. Ähm. Oh. Das ist ein Schiff da. Was hat er denn für uns? Ähm. Krass. Müll. Was ist denn damit? Chicken. Es waren keine. Es ist bestimmt nur das Fleisch gemeint. Äh. Äh. Man. Bambins. Bambins. Serie. Eier. Ah ja, ja gut von mir aus, warum nicht? Ich kann ja mal ein paar Eier nehmen, warum nicht? Stundelst du es nicht? Ja, aber Mushrooms, was sehe ich denn damit, Leute? Bräuchte ich das irgendwo? Nein, Moment mal, ich will ein zweites Schaf, ich möchte. Na, so, Eisen braucht er dafür, das Eisen, groß, ja, hier baut man das alles ab, hier. Ähm, Moment, Priorität, und da, später, Winter, ähm, Moment, Winter, ähm, Moment, was haben wir hier, zweier geht, das ist fertig, ähm, Moment, ähm, Miene, 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 zwei reichen erstmal aus, denk ich mal, hoffe ich. Für Eisen, ja. So, fünf haben wir da schon drinnen. Passt, es geht. Also, da bräuchte ich noch vier, ne, vier, oh. Oh, Frühlauf, Frühling, passt. Perfekt. Und die drei, die da arbeiten, die könnte ich dann gleich eigentlich hier in der Stellenbühne reinholen. Zwei Eisen-Typen, passt. Ist natürlich die Frage, was sie so erwirtschaften, ne. Beziehungsweise was sie können, so erwirtschaften. Ähm. Oh, jetzt haben wir überraschenderweise genügend. Komisch. Hm. ich hoffe mal, die machen das von alleine oder auch nicht was hallo ein büro macht der hier solltet er nicht hier mal arbeiten hier okay, das ist schon wieder zwei, ja krass, kann natürlich sein, dass die nichts zu tun haben und die ist schon fertig, gut hier könnt ihr Opa-Häuse anbauen eigentlich, ne obwohl, hier so das ist nicht so ist gerade jemand von uns gegangen Moment, oh, das war das falsche, hier Ah, Herbalus, ähm, ja, ist zu alt geworden ist umgefallen tja, in der Umfeld kann man da nichts machen, ne